Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute dreht es sich um die Frage, where does the data come from? Und das vor allem in Bezug darauf, weil Datenmodelle und vor allem auch das Mapping der Info-Objects recht schnell sehr komplex werden kann und man sich dann auch häufig die Frage stellt, woher kommen jetzt eigentlich meine Daten? Und wie Sie bestimmt wissen, auch aufgrund von fortlaufenden Änderungen im Laufe der Zeit kann man sehr schnell den Überblick verlieren, woher die Daten jetzt eigentlich kommen. Und es ist wirklich sehr wichtig, diesen Überblick zu haben. Vor allem hilft es in sehr vielen Situationen einfach weiter, wenn man relativ schnell Antworten hat auf bestimmte Fragen, wenn man zum Beispiel eine Fehlerursachenforschung betreiben muss oder wenn man eine Impact-Analyse durchführen muss. Und um diesen Überblick zu gewährleisten, haben wir von Glutelligence eine Funktion erstellt, die auch von vielen Kunden gewünscht wurde, nämlich Data Lineage. Und um diese Funktion dreht es sich heute auch in diesem Webinar. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie diese Funktion nutzen können, damit Sie den notwendigen Überblick erhalten, damit Sie sehr schnell Wissen abrufen können und auch Wissen generieren können bezüglich Ihrer Datenmodelle. Und es soll dann im Endeffekt einfach auch Licht ins Dunkel bringen. Ich möchte Ihnen heute alles rund um die Funktion erläutern. Ich möchte Ihnen Beispiele zeigen und auch Anwendungsbereiche nennen, in denen das Tool eingesetzt werden kann. Zunächst einmal zu meiner Person. Mein Name ist Alexander Kolmogorzev. Und ich arbeite im Produktmanagement von Blutelligence, dort im Bereich Doku Performer. Und zur heutigen Agenda, zunächst einmal möchte ich Ihnen die Funktion Data Lineage näher bringen. Ich möchte Ihnen erstmal ein paar kleine allgemeine Fakten nennen, anschließend in Bezug auf Data Lineage für BW und für CDS und HANA. Und zu guter Letzt gibt es noch einen kleinen Nachtrag mit für Sie eventuell relevanten Informationen. Dann kommen wir jetzt auch zu dem heutigen Thema des Tages. Gut, wir beginnen mit einem kleinen Anwendungsfall. Stellen Sie sich einfach mal vor, dass Ihr Fachbereich sich meldet und sagt, dass ein bestimmter Wert, nämlich, gehen wir mal aus, Umsatz, nicht korrekt ist. Und Sie werden beauftragt, jetzt eine Fehlerursachenanalyse durchzuführen, also herauszufinden, warum dieser Wert nicht stimmt. Da wäre dann die Frage, was würden Sie tun? Welche Schritte würden Sie gehen? Und ein erster Ansatz wäre vielleicht, zunächst einmal in der Quili nachzuschauen, wie dort die Einstellungen sind. Anschließend könnten Sie, wenn Sie dort nichts finden, vielleicht im Composite Provider nochmal nachschauen, die jeweiligen Info-Objects dieses Composite Providers nochmal checken, wie dort die Einstellungen sind. Anschließend könnten Sie dann im Endeffekt, bräuchten Sie nochmal einen Überblick über den Datenfluss selbst, über die Part Provider bis hin zur Data Source. Und das natürlich dann auch von allen, von dem gesamten Datenfluss. Und dann müssten Sie nachschauen, wie wird ein bestimmtes Info-Object, gehen wir mal davon aus, dass dieses Info-Object das Relevante ist. Dann müssten Sie nachschauen, wie das verarbeitet wird, wie das Mapping dieses Info-Objects ist. Und müssen sich Fragen stellen, wie beispielsweise, was sind überhaupt die Quellfelder oder aus welchem Quellfeld kommt, wird dieses Info-Object beladen, was sind die Quellobjekte, was passiert in den Transformationen, und welche Transformationen sind überhaupt im Spiel. Gibt es vielleicht irgendeine Logik in diesen Transformationen oder Start- und Endroutinen, sich beispielsweise dazu führen, dass dieser Betrag X, der vielleicht fehlt dem Umsatz, dass dieser Betrag X einfach nicht berücksichtigt wird und deswegen im Bericht zählt. Und gleichzeitig können Sie sich vielleicht auch die Frage stellen, aus welcher Data Source kommen meine Daten überhaupt. Das müssen Sie natürlich dann auch nochmal für die anderen Stränge Ihres Datenflusses machen. Und wenn Sie dann nochmal in die Situation kommen, dass Sie eventuell für alle Info-Objects diese Analyse durchführen möchten, dann müssen Sie das natürlich nochmal, da würde der Aufwand nochmal steigen. Das wäre nochmal wirklich sehr viel Aufwand. Und genau hier kommt der Doku-Performer ins Spiel. All diese Arbeit übernimmt die Funktion Data-Linage für Sie und erschafft im Endeffekt die Abhilfe und generiert den Überblick, den Sie benötigen, um in solch einem Use-Case Sie zu unterstützen. Ein paar allgemeine Informationen. Zunächst einmal nochmal eine kleine Definition von Data-Linage. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, das Mapping aller Info-Objects und Felder eines bestimmten Zielobjekts zu erhalten, beispielsweise eines Multiproviders, bis hin zur Datenquelle. Sie können diese Funktion durchführen für mehrere Objekte. Das heißt, Sie können auch mehrere Multiprovider analysieren gleichzeitig. Und das alles können Sie machen, indem Sie die Funktion über das Kontextmenü an dem jeweiligen Objekt abrufen. Data-Linage muss separat lizenziert werden. Das, wie gesagt, ist ein Add-on-Tool für das Modul Analyse. Und die Ergebnisse werden Ihnen präsentiert in einer einzigen Excel-Datei. Und diese Excel-Datei besteht aus mindestens drei Sheets. Und ein Sheet über eine Art Übersicht, in der Sie dann nochmal eine Übersicht erhalten, über die Sheets bezogen auf die Objekte. Und dann haben Sie eine Summer-Review und eine Detail-View. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Genau. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel eines Resultats. Sie sehen, ich werde gleich nochmal im Detail auf jede Spalte eingehen. Aber Sie sehen hier die Info-Objects des analysierten Info-Provider. Und sehen da die verschiedenen Level. Das heißt, Sie sehen wirklich, dieses Info-Object wird befüllt aus diesem Info-Object. Dieses Info-Objects ist Teil dieses Info-Providers. Und das geht dann über ganz viele Level weiter bis zu einer Data-Source. Darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Nochmal ganz kurz zum Aufbau der Excel-Datei generiert wird. Das ist wichtig zu verstehen. Es gibt, wie gesagt, dieses Summary-Sheet. In dieser Summary-Sheet sehen Sie das Info-Object und sozusagen das Zielfeld und auch dann die Quelle. Also sozusagen das letzte Level, das wir in der Lage sind zu analysieren. Beispielsweise jetzt diese Data-Source. Das heißt, hier sehen Sie wirklich diese verschiedenen Ebenen zwischen Ziel und Quelle sind in der Summary-Sheet nicht aufgelistet. Hier können Sie wirklich sagen, das Quellfeld dieses Info-Objects ist diese Data-Source zum Beispiel. Anders fällt es sich bei dieser Detail-Sheet. Hier sehen Sie wirklich alle Level zwischen Zielfeld und Quellfeld. Das heißt, Sie sehen hier wirklich, das ist das Zielfeld und das sind die verschiedenen Levels dazwischen. Und das haben wir vorhin auch gesehen bei der Excel. Das heißt, das ist wirklich nochmal eine Möglichkeit, nochmal tiefer einzutauchen und auch hier, gerade bei BW, die Transformation auch zu analysieren. Das heißt, hier in diesem Sheet sehen Sie nicht die Transformation, hier aber schon. Gut. Kommen wir jetzt zu Data-Lineage für BW. Das heißt, wir sehen zunächst einmal die Objekte, die unterstützt werden von Data-Lineage. Das sehen Sie auf der linken Seite. Für all diese Objekte können Sie Data-Lineage durchführen. Und was hier auch wichtig ist, es gibt bestimmte Endpunkte. Und diese Endpunkte sehen Sie auf der rechten Seite. Wenn ein Feld solch eine Eigenschaft besitzt oder ein Objekttypen, dann wird das Data-Lineage beendet. Dann heißt das, es ist einfach nicht mehr weitergegeben. Das kann wirklich daran liegen, dass es wirklich nicht mehr weitergeht. Oder es kann auch daran liegen, dass beispielsweise eine Konzentriente vorkommt oder eine Expertenroutine vorkommt und Daten von außerhalb geladen werden. Das ist ein Endpunkt bei Data-Lineage. Wir schauen uns das gleich nochmal an. In der Live-Demo, in dem wir jetzt den Doku-Performer öffnen. Das heißt, das ist jetzt der Doku-Performer. Und ich habe mir jetzt auch schon die Objekte ausgesucht, die für mich relevant sind. Zunächst einmal beginne ich mit diesem HANA Composite Provider. Über einen Rechtsklick kann ich mir zunächst einmal den Datenfluss anzeigen lassen. Ich möchte Ihnen, bevor ich Data-Lineage zeige, nochmal ganz kurz Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten Sie noch haben, um einen ersten Überblick zu erhalten. Über das hier Datenmodell. Das heißt, ich habe mir hier den Datenfluss geöffnet und sehe hier schon mal die grafische Abbildung des Datenflusses. Ich habe hier auch schon Lookups geladen, wie man hier sehen kann. Und das ist, wie schon gesagt, die erste Möglichkeit, den ersten Überblick zu erhalten auf dieser Ebene. Ich kann gleichzeitig auch hier im TreeView so eine Mapping-Analyse durchführen. Das heißt, ich kann nachschauen im Datenfluss, was mit einem Info-Objekt an den verschiedenen Transformationen passiert und die Datenherkunft identifizieren. Das geht aber hier im Doku-Performer selbst nur für ein Objekt. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich erstmal alle Objekte des HANA-Composite-Providers und kann mir dann hier ein Objekt auswählen, das für mich relevant ist. Dann geht er jetzt durch die Transformation durch und checkt genau das, was ich gesagt habe. Und dann sieht man, dass 0k-Lay hier bei der Transformation auch mit dem Feld 0k-Lay beladen wird. Im Endeffekt sehen wir auch die anderen relevanten Zeller, woher es kommt. Und was mit 0k-Lay über den Datenfluss hinweg passiert. Wir sehen auch, wir würden hier auch eine Startroutine zum Beispiel sehen. Die können wir uns dann auch anzeigen. Also wir können uns das Coding anzeigen lassen von der Startroutine, wenn das vorkommen würde, über einen ganz einfachen Rechtsklick und dann auf Show Source Code. Das ist hier an der Stelle möglich. Aber wie bereits gesagt, was nicht möglich ist, man kann sich nicht dieses Mapping aller Info-Objects anzeigen lassen. Und das haben auch viele Kunden gewünscht, solch einen Gesamtüberblick zu bekommen. Und aus diesem Grund haben wir dann das Data-Linage unterstellt. Und das können Sie, wie gesagt, hier abrufen über das Kontextmenü. Und dann wird solch ein Excel generiert. Und beginnen würde ich erstmal, um der Einfachheit halber, würde ich erstmal beginnen mit einem kleinen Beispiel. Nämlich mit diesem ADSO. Das habe ich vorab schon geladen. Und wie bereits gesagt, hier haben Sie das erste Sheet-Overview. Hier sehen Sie, welche Objekte analysiert wurden. Und Sie haben den jeweiligen Link zu der Summary-Sheet und zu der Details-Sheet. Wenn ich hier auf Summary klicke, kann ich, wie bereits erwähnt, das Zielfeld sehen. Und dann sehe ich auch das Quellfeld. Das heißt, dieses Feld, sozusagen das letzte Level, ist diese Data-Source. Das ist dann das Objekt, aus dem es beladen wird. Und das aus diesem Feld. Und wenn ich dann hier weiter gucke, dann habe ich hier meine detaillierte Ansicht, wo ich auch im Endeffekt nochmal mehr Informationen über die Routinen bekomme. Ich würde jetzt nochmal in das etwas komplexere Beispiel gehen, um Spalte für Spalte mal durchzugehen und Ihnen zu sagen, was welche Spalte bedeutet. Gut, fangen wir erstmal an mit diesem ersten Feld hier. Wenn hier ein SE steht, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das heißt, dass auf dem Weg zur Quelle irgendwo im Mapping eine Start- oder Endroutine gefunden wurde. Und in diesem Fall können Sie im Doku-Performer beispielsweise nachschauen, weil, wie gesagt, das Coding wird hier nicht angezeigt. Wir zeigen nur ein 1-zu-1-Mapping an. Und jedes 1-zu-1-Mapping kann ja tendenziell durch eine Start- oder Endroutine überschrieben werden. Deswegen sollte man das dann nochmal nachprüfen. Genau, das heißt, wir haben erstmal hier das Target-Field. Dann haben wir auf dem ersten Level sehen wir dann, dass das hier beladen wird durch dieses Feld. Dieses Feld ist Teil von diesem Info-Provider, von diesem ADSO. Und bei Trantype sehen Sie einen Typ der Transformation. Das kann entweder eine Transformation oder ESMP sein. Wenn eine Start- oder Endroutine vorkommt, dann markieren wir das hier mit einem X. Dann haben wir die ID der Transformation. Das habe ich vorab schon erwähnt. Und das zieht sich dann im Endeffekt hier so durch. Wir haben auch Logic-Type und Logic-Contents-Rule-ID. Das wird ausgefüllt, wenn ein Endpunkt vorkommt. Das heißt, entweder eine Info-Object-Routine oder eine Formel, eine Konstante oder all das, was ich Ihnen gezeigt habe. Also wenn sowas vorkommt, dann schreiben wir das hier rein. Und wenn dieser Wert hier drin ist, dann wird das auch hier ausgefüllt. Die Rule-ID wird dann ausgefüllt oder der jeweilige Inhalt der Formel oder der Konstante. Genau, und das zieht sich dann im Endeffekt hier durch. Wir zeigen alle Ebenen an. Das ist die zweite Ebene. Dann haben wir hier die dritte Ebene. Und das wird im Endeffekt durchgezogen, bis ein Endpunkt erreicht wird, wie erwähnt. Oder halt in dem Fall hier zum Beispiel bis zur Data-Source selbst. Bei der Data-Source sehen wir dann nochmal das Source-Object hier. Wir sehen die Bezeichnung des Source-Systems und wir sehen auch die Application-Component. Das wird alles nur ausgefüllt, wenn es sich wirklich um eine Data-Source handelt. Genau, ich wollte dir noch ein Beispiel zeigen, nämlich eines Multi-Providers, wo zum Beispiel so eine Logic-Type, wo der Wert ausgefüllt ist mit Root-Routine oder hier eine Konstante und dem jeweiligen Inhalt. Genau, das wäre dann ein Beispiel hierfür. Gut, das wäre jetzt bezogen auf BW. Ich würde jetzt weitermachen mit CDS und HANA. Ein Punkt noch, falls Ihnen das jetzt ein bisschen zu schnell ging, Sie können all diese Informationen nochmal nachlesen in unserem Online-User-Manual. Hier unter Data-Lineage finden Sie BW-Entities und dann sehen Sie hier wirklich nochmal alle Columns und wie Sie definiert sein könnten und was das alles bedeutet. Das können Sie dann hier alles nochmal nachlesen, falls es dann noch vielleicht ein paar Unklarheiten gab. Gut, ich würde dann erstmal weitermachen mit CDS und HANA. Hier bei CDS können Sie Data-Definitions analysieren. Auch hier gibt es bestimmte Endpunkte wie Tabellen, Reviews, Formeln oder auch hier, wenn das Mapping nicht weitergeht. Und bei HANA können Sie Data-Lineage für diese Objekte durchführen. Und das sind die Endpunkte, auch hier wieder Formeln oder andere Restrictions. Schauen wir uns das mal kurz an, wie das aussieht. Das heißt, wenn Sie mit Data-Definitions arbeiten und generell mit diesen Code-Data-Services, dann können Sie auch diese Objekttypen synchronisieren. Und auch hier wieder ein Rechtsklick, Data-Lineage und wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, dass das eigentlich relativ ähnlich aufgebaut ist. Wir haben auch hier wieder ein Overview, sprich welches Objekt wurde analysiert, ein Link zu den jeweiligen Sheets und hier wieder nur Ziel- und Quellfeld. Wenn wir uns das mal kurz anschauen im Detail, dann ist es jetzt auch hier wieder, dass wir hier wieder alle Level nochmal sehen, die dazwischen liegen. Jeder CDS-View hat auch ein Dedic-View und auf den Dedic-Views basiert auch das Mapping und dementsprechend nicht auf dem Coding. Dann sehen wir hier das Zielfeld. Das wird dann dann beladen aus diesem Feld. Das ist Teil dieses Objekts. Also es ist wirklich, es funktioniert genauso wie bei BW, nur dass wir natürlich hier nicht diese ganzen Transformationsinformationen haben. Auch hier noch ein Punkt, falls Sie es noch nicht wussten, Sie können auch den Datenfluss abrufen von Ihren Data-Definitions. Das sieht dann so aus, falls Sie da weitere Informationen haben möchten. Ich habe vor einigen Monaten ein Webinar gehalten über die grafischen Datenflüsse und auch hier können Sie sich dann weitere Informationen einholen auf unserem YouTube-Channel. Schauen wir uns das Ganze jetzt noch einmal für HANA an. Da sind wir auch schon fast am Ende. Das heißt, das ist die HANA-Komponente. Auch diese HANA-Komponente können sich lizenzieren und dann eine Synchronisation durchführen. Und auch hier könnte ich mir vorab zum Beispiel den Datenfluss abrufen, um erstmal einen kleinen Überblick zu erhalten, wie der Datenfluss überhaupt aufgebaut ist. Das würden wir dann hier sehen. Und anschließend könnte ich, wenn ich noch mehr Informationen haben möchte, wieder das besagte Kontextmenü öffnen, HANA Data-Linage aufmachen und würde dann auch wieder nach demselben Prinzip solch eine Datei erhalten mit den verschiedenen Leveln. Und hier sehen wir auch, dass wir verschiedene Objekttypen noch sehen, wie Attribute Views oder Analytic View und auch Tabellen. Genau. Und dann haben wir hier auch die verschiedenen Level, die verschiedenen Felder, in denen die jeweiligen Felder sind und können uns auch hier einen Überblick verschaffen über das Mapping der jeweiligen Felder dieses Calculation Views. Okay, das erstmal zu den Praxisbeispielen. Ich würde jetzt zum Ende kommen. Das heißt, mit welchen Bereichen unterstützt Sie das Data-Linage? Zunächst einmal haben Sie die Möglichkeit, einen Überblick zu bekommen über das gesamte Mapping in einer Excel. Es ist auch hilfreich, wenn beispielsweise eine Migration ansteht und wenn Sie sich erstmal ein Bild über den Ist-Zustand Ihres alten Systems machen möchten und wenn Sie die Komplexität des Mappings erstmal analysieren möchten, bevor Sie Ihre Objekte in ein BW-4-Ansystem migrieren möchten. Das unterstützt Data-Linage, unterstützt Sie auch bei Impact-Analysen, wenn Sie einfach nochmal die Abhängigkeit identifizieren möchten und einfach auch, bevor Sie beispielsweise ein Objekt löschen, einfach nochmal den Impact kennen. Sprich, welche Auswirkungen hat irgendeine Veränderung im System beziehungsweise an einem bestimmten Objekt auf das System. Und das nimmt Ihnen auch so ein bisschen die Angst, etwas kaputt zu machen. Dann das Anwendungsfall, den ich bereits beschrieben habe, Troubleshooting, das heißt, wenn Sie eine Fehlerursachenforschung betreiben möchten, reduziert es einfach den Aufwand, weil die ganzen potenziellen Stellen dann angezeigt werden, das heißt, Sie sehen, wo eventuell vielleicht Start- und Endroutinen vorkommen und diese können Sie dann anschließend kontrollieren, anstatt wirklich alles durchgehen zu müssen, von ganz oben bis ganz nach unten, wie ich es in meiner Abbildung gezeigt habe. Wenn Sie neue Implementierungen durchführen, das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen neuen Datenfluss implementieren müssen und Teil dieses neuen Datenflusses ist auch eine bestimmte Kennzahl, die aber auch genauso in einem anderen Datenfluss verwendet wird, können Sie diesen alten Datenfluss einfach nochmal mit Data-Lamage scannen. Sie können nachschauen, wie das Info-Objekt gemappt ist und welche Logiken existieren und können dann basierend darauf, Ihre Implementierung starten und wichtig auch hier, anstatt eine Data-Source neu anzubinden, obwohl Sie vielleicht eventuell schon in einem anderen Datenfluss ins BW geladen wurden, können Sie hier herausfinden, auf welchen Data-Source viel das alles aufsetzt und bei einer neuen Implementierung dann berücksichtigen. Der letzte Punkt ist Dokumentation, das heißt, wenn Sie beispielsweise irgendwelche gesetzlichen oder internen Auflagen haben oder wir haben auch Kunden, die den Wunsch hatten, Spezifikationen abzugleichen mit dem Ist-Zustand und hier haben Sie die Möglichkeit, den Ist-Zustand sich darstellen zu lassen in Form dieser Excel und können dann abgleichen und bewerten, ob es eventuell irgendwo Unterschiede gibt in der Implementierung selbst im Vergleich zur Spezifikation. Gut, wenn Sie sagen, dieses Data-Linage würde ich gerne auch mal an meinem eigenen System ausprobieren, dann haben Sie dazu auch die Möglichkeit, Sie können Data-Linage für sieben Tage testen, das heißt, andere Module können für 60 Tage getestet werden, Data-Linage kann für sieben Tage an Ihrem eigenen System getestet werden und wenn Sie eventuell noch weitere Informationen möchten oder wenn Sie zum Beispiel auch weitere Funktionen spannend fanden, die ich Ihnen gezeigt habe, wie den Datenfluss oder andere Module, die ich erwähnt habe, dann würde ich uns natürlich auch freuen, wenn wir einfach nochmal bei Ihnen vorbeikommen könnten und Ihnen diese Funktion nochmal vor Ort präsentieren können. Gut, dann bedanke ich mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, sich noch weitere Informationen einzuholen über den Doku-Performer. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören. Tschüss. 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 Vielen Dank.